Hi, ich bin Max. Ich bin Marius. Und heute teilen wir euch den offiziellen Termin von der Poolnet mit. Der ist nämlich am? 29.08.2009. Ja, und wir hoffen, dass wir euch dort sehen. Es erscheint zahlreich. Bringt eure Freunde mit, bringt alle mit, die ihr kennt und die ein bisschen coole Zeit haben wollen. Wo findet das ganze statt? Im Rheinbad in Düsseldorf. Ihr seht das im Hintergrund das Logo. Wir haben dann draußen wieder alles angemietet. Das heißt, wir sind nicht drin, sondern draußen bei dem schönen Wetter in Deutschland. Öfter mal was Neues. Ja, und wie gesagt, kommt alle mit. Es gibt genug Platz zum Ertrinken. Drinnen und draußen. Also kommt. Außerdem braucht ihr auch keine Angst haben, weil Markus, unser Bademeister, ist das auch wieder da, dass er bekannt dafür, dass er nichts tut. Oder Knicklichter ins Wasser schmeißt. Ne, Knicklichter ins Wasser schmeißt, anderen an den Kopf. Ja, das ist der Trick dabei. Sonst gibt es ja nichts zu tun, wenn keine Leute untergehen. Der drin dahinter ist einfach ganz einfach gar keiner. Keiner. Und ja, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, um heute hierher zu kommen. Ich bin ein bisschen rot, aber auch, weil ich einen kleinen Bauchplatscher gemacht habe. Wir haben heute alle einen kleinen Bauchplatscher gemacht, aber das könnt ihr alles in unserem kleinen Video zum Anteaser für die Poolnet sehen. Ja, und das müsst ihr euch jetzt angucken. Viel Spaß dabei. Viel Spaß. Super, Printmammatik. Super, Printlik Damy. Super, Printlik Damy. Aber Kinauerreg Mmar. Amen.